Nuri-Jüland bezeichnet den nördlich der Königsau gelegenen Teil von Jütland. Jütland südlich der Königsau wird als Sonderjüland bezeichnet, politisch war dies das Herzogtum Schleswig. Die südliche Grenze bildete die Eider. In Nuri-Jüland liegen seit 2007 die Verwaltungsregionen Region Nordjüland und Region Midjüland und das nordwestliche Drittel der Region. Sieddenmark Im Mittelalter besaß Nuri-Jüland in Viborg ein eigenes Landsting. Landstinge gab es auch für Sonderjüland auf den dänischen Inseln zwischen Kleinem-Belt und Öres und sowie in Schonen. Auf einem Landsting wurde unter anderem dem König gehuldigt. Als administrativer Begriff kommt der Name nur noch im Sammelgebiet des Landesarchivs für Nuri-Jüland in Viborg gelegen vor. Nordjütland Als historische Landschaft sollte Nuri-Jüland nicht mit der geografischen Bezeichnung Nordjüland verwechselt werden. Nordjütland umfasst ein Gebiet nördlich des Limpfjords zuzüglich Himmerlands. Davon unterschieden wird je nach Kontext Nordwestjütland. Beide Gebiete gemeinsam decken sich geografisch annäherungsweise mit der Verwaltungsregion Nordjütland. Untertitelung des Limpfjords